Musik Sie können das vielleicht noch hören. Ich habe eine Frage. Was hast du für eine Frage? Hast du ein Problem mit der Bio? Was ist die erste vier? Ja, das ist ... Das ist ... Ja, das ist ... Das ist meine ... Sie denken, ich habe mich weit vom Schütz geht. Ich sage, nein. Wie scheiße habe ich. Wir setzen immer alle hin. Guten Abend, meine Damen und Herren und Eva. Aber ... Is ... Is anybody here for a demonstration for the first time? Ist irgendjemand zum ersten Mal da? Okay. Noch einmal. Ist schweig. It's okay. It's ... Schmerzlos. I say that because some people have strange impressions or ideas about what a public demonstration would be like. And it's important to say to you that things we would say to you privately are not things that we would say to you publicly. So in that sense of things, your lovers etc. are safe in the moment. Also ... Wir haben aber ... Wir haben aber ... Wir haben aber nicht mitgefallen. And she said, oh God. But the point about it was that ... She said no to me. When the answer actually was ... Yes. But what I want to say was ... She said no to me. Also, for me. She said no to me. Although she actually had to say no to me. And what I always learn from these things. Is people tell lies. And what I always learn from these things is, people tell lies. And what I always learn from these things is, people tell lies. Einfach weil sie die Worte nicht wollen, wenn alle nicht gesehen oder die Person nicht akzeptieren wollen. Aber was sie nicht realisieren, dass wenn sie Nein sagen, dass sie mir die Türen zu machen für jede weitere Kommunikation. Und das ist Schade. Wenn sie das jetzt wirklich durchgezogen hätte, dann hätte der Mann nicht Gelegenheit, sich bei ihr zu entschuldigen. Und sie war weiter durch Schlafen gegangen und war enttäuscht gewesen für ein Mann. So, please, if myself or my superstar colleagues here do give you information, it is okay to answer truthfully, but you can say, I would prefer you to not discuss this any further. Also, wenn ich oder meine beiden Kollegen damit so etwas zu Ihnen kommen, dann können sie entweder die Worte sagen oder sie können sagen, ich würde das lieber nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. Aber wenn die Antwort ist, ich weiss es nicht, dann sagen sie nicht einfach Nein, sondern sagen sie wirklich, ich weiss es nicht. Also, der Mann, der muss ja so einen trockenen Humor haben. Und er hat mich eher auch ein bisschen, wie man, der intellektuell geschaffen hat. Und so einen intelligenten Namen. Und... Wie weiss ich, was er intelligent ist, hätte ich das gesagt. So, you sensed it from him. He didn't tell you that. Er hätte das nicht gesehen, aber hätte es gespürt. Ja. You should always tell the client that. Because how many people in the spirit world would say, and I am very intelligent? They wouldn't. So you would sense it from them, not necessarily they would communicate it to you. Das heisst, man könnte es gespüren von ihnen, aber es wäre nicht unbedingt etwas, was sie uns wollen. You're correct, he is intelligent. But it's important to understand how you're accessing the information. What's the process you're using to access it. And honey, just remember, miracles are possible. And think, think it's a fact. Es gibt Wunder. Just remember that. Okay David, where do you want to go? Where would you go? Come on, stand up. Be brave. Papa, I'm looking around the room. Where do you want to go? I know exactly where I want to go. I want to get a gentleman over here. Then that's fine. Start with that then. I always break those wheels over. Give yourself an easy time. Discussion for tonight. Pick someone easy. But you're not an easy contact. But there's a gentleman definitely wants to speak to you. Slow down, slow down. Slow down. You don't have to get used to me or some other translator. You don't have to speak to me. You don't have to speak to me or some other translator. And for me there's no unfinished business. There's no unfinished business between you both. Aber ich hatte eine Frage über die Mutter, und es ist eine Art der Charakter der Mutter. Kann ich verstehen, dass die Mutter immer in die Gedanken ist? Es war immer so, es war immer so, es war immer so. Es war immer so, es war immer so. Die Mutter war immer so, es war immer so, es war immer so, es war immer so. Und es ist wichtig, dass Sie wissen, dass in Respekt, die Schaff aspect ist, dass sie es Satisfied mit der Unterstützung gegeben hat. Sie ist nicht Disappointed mit der Unterstützung, sie ist Satisfied mit der Unterstützung. Es ist nicht das, es war immer so, es war einfach ein Mensch. Und das war alles so, es war wichtig. Jesus hat eine gute Aussage. Nein, aber es war alles sinnvoll. Aber es war okay. Aber es war okay. Es war okay. Es war okay. Ich erinnere mich an eine Demonstration, in der Ema Translator in Schweizerdeutsch wurde in Hauptdeutsch. Also, es ist okay. Das ist es. Time is finished. Anything you guys want to say, bevor we go to the bar, or wherever we go? Das müssen wir noch einrichten. Also, ich möchte auch Dankeschön sagen. Dankeschön Will und seinen beiden Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Und Dankeschön für das Sätze einfach. Ja, hin und her. Also, ganz herzlichen Dank euch allen. Und dass ihr auch wisst, wenn ihre Zogen da sind, wenn ihr an den Öben kommen, dass ihr diesen Leuten wirklich die Gelegenheit geben, ihre Medialität zu entwickeln. Das ist jetzt weg. Ich kann euch nicht. Sorry. Das ist das. Ich danke dir. Trich, ich danke dir. Am 15. Untertitelung des ZDF, 2020